Jetzt ist er tot zum Glück Können wir die jetzt angreifen? Nein, immer noch nicht So, tschau Und du tschau Tschau Und Tschau Da sind sie schon wieder Oder einer zumindest Jetzt aber Ich versuch's jetzt einfach nochmal Vielleicht liegt es auch an ihrem Scheissschild Nix da Das hast du dir wohl so gedacht, was? Seht ihr das? Ich hab den grad voll Seinen drücken Erwischt Der macht gar nichts So Das ist wahrscheinlich die beste Amtführer Hä? Jetzt haben sie nicht mehr so eine Auge Ich verstehe Da war grad so ein Es war grad ein Schamane, hab ich gelesen Wahrscheinlich hat er sie verzaubert, dass die ihn gespielt haben gegen mein Schwert Nee Und das verstehe ich auch Nicht wahr, liebe Pflanze? So Kräftespucker ist down So Was sind wir hier? Oh, ey Quatsch Das ist das Artefakt Ach so, warte mal Hier ist schon wieder einer Genau Die werden alle von So Magier gestärkt Ciao Also nicht Ciao für Slate Space sondern von diesen Für diesen Typen, ne? Die Frage ist, wo ist der jetzt? Lass mich durch Lass mich durch Bist du das? Wo bist du? Da bist du Da bist du Ciao Boah So Verwundbar Aber nicht unverwundbar Äh, Quatsch Aber nicht zu verwundbar Für sie Ich will mich immer noch killen Aber nicht mehr wenn ich das hier einsetze Aber nicht mehr wenn ich das hier einsetze Ich versuch's gleich nochmal Verwundbar So, zack und Dive Okay, das ist der von Freunden die wir gerade gestanden haben Das heißt, war War Ich hasse diese Angriffe Es sind immer so Kombiangriffe Und sich nicht wehren kann Okay Jetzt habe ich mich genug aufgeregt Jetzt geht's weiter Okay, was ist hier? Jetzt sind wir in so einer Höhle Oh nein, ein großes Feld Das heißt, da kommt etwas Schwieriges Da ist jetzt ein Autosave erschienen Und da oben ist so weit Es läuft wieder küssig Anscheinend ist die Märkte noch nicht so groß 10.000 Machtpunkte wieder Ich hoffe nicht, was man mit den Machtpunkten machen kann Weiss ich immer noch nicht Die sind mir ein bisschen zu schnell Weil ich das nicht gewohnt bin Äh Wo? Da Da hat man gesehen, da kommt einer aber Okay, der kann Der kann auch fliegen Und der kann nicht fliegen Sondern das ist die Erde Ach du Scheiße Den Rancor-Reiter Die kenn ich aus dem aus dem Empire at War Die lass ich mal einfach Schau Leute Da ist wieder so ein Häuptling oder was ist da Ich habe sie weggekillt glaub ich Wie kommt es denn zuerst? Warte, war's eh! Was ist der Wander? Oder war's sein Kollege? LOL der Ringo greift die auch an! OOOH! Be-N-N-G-I-H-H-H-I-H-I-M-U-N-G-I-H-I-H-I-H-I-H-I-H-I-H-I-H-I-H-I-H-I-H-I-I-H-I-H-I-I-H-I-H-I-H-I-H-I-H-I-H-I-H-I-I-H-I-I-H-I-I-H-I-I-H-I-I-I-H-I-I-H-I-I-I-I-H! Ich will direkt ihn jetzt an. WOAH! In Empire at War sind die ziemlich strong. Ich bin sicher. Na ja, das ist ganz schön. Schauen wir mal, dass er neben seine Phase ist. Alter. WUH! Ist es ziemlich leicht. Ich glaube später wird's viel schwerer. Da muss man uns wahrscheinlich auf Geschwindigkeit machen. Lass da mehrere hintereinander kommen, sofort. Und... Ciao! Ne, noch nicht. Aber jetzt. Ciao! Hä, wo ist mein Laser-Schwert? Wo ist mein Laser-Schwert? Egal. Dann kicke ich in die Macht weg. Brutzel, Brutzel! So, jetzt machen wir uns aus dem Rank-Bahn saftiges Steak. Josh. Wo ist mein Laser-Schwert? Wo? Also, einen Hammer-Fammer ausgewichen. Aber ich dachte, dass ich mich nicht um den Killen muss, aber ich mache es jetzt einmal. Geben Erfahrunenspunkte. Ich will das irgendwie... Ich kann damit nichts machen. genau genau so was genau so was habe ich nicht so was habe ich nicht gerne und verpiss dich jetzt kriegst du noch macht ab dass wir so der ist schon tot schmeckt dir das ist da wieder ein häuptling wo ist der eins weiß ich du fliegst jetzt du bist gefeuert du fliegst jetzt so tu auch was zum warte 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 ihr merkt ich hätte es ein bisschen lauter ja da ist der honk honk nicht der honk sondern den müssen wir schützen was was willst du sein bodyguard glaubst du sein bodyguard zu klein was oh nein egal jetzt ist gerade irgend so ein heftiger angriff gemacht aber hab mich nicht gejuckt jippie hä er ist nur gestolpert und ist gestorben was kann das für für die kondition ok machen wir jetzt die fertig sein rücken rutsch mir den buckel rund oh habe ich gerade getan oh nein da kommt noch einer zwei gegen einen leuchten das hatten wir doch schon mal nicht nicht erwähnt so was kommt jetzt kommt wahrscheinlich wieder zu einer oh nein 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 oh jetzt gibt es in your face ja genital ok 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 ich will nicht mehr ich will nicht mehr weg weg so thundershock so thundershock thundershock ok jetzt kommt wieder die also das kann ich richtig gut jetzt jetzt einfach anschauen und dann ownen voll der kinnhaken mit einem laser schwert voll der kinnhaken mit einem laser schwert ok gibst du noch ach du hast mein rencor getötet und jetzt werde ich dich töten weg nein weg rencor ok dann 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 starten einfach mit dem gliss angreifen geht da recht gut dann so und dass man diesen Angriff ausweicht dann seine Fresse hoffentlich sind die vier rank boss hier weil naja weil sonst haben wir ein Nebenquist knapp verfehlt ok weg helpp das war gerade eine mega hebe aber wir können wieder blitz einsetzen damit er sich nicht gleich down so so und was kommt jetzt das hier gut und jetzt da eh und jetzt kommt der kill hat er und noch eine h bäm ich sterben und jetzt müssen wir noch diesen schwulen reiter da ferniche machen Was, der ist gestolpert? Kannst du das hier? Wenn man von so nehmt reinkommt BELT! DU! Arschloch! JETTA! Du hast hier nichts mehr zu sagen Du bist vorher schon gestolpert oder hast du deinen Ruf schon genug ruiniert? Okay Ja, was muss ich denn machen? Was ist denn da irgendwas? Was ist denn da blitzen oder was? Ah, okay Ach, die konnte man einsetzen gegen die Rancords, nehm ich an Okay, ich mach das jetzt zur Unterbrechung und weiter geht's WOLNITZPLAY STORBAUSTERBAUSTANN Und jetzt lasst du flüssig wieder sehen kannst Okay, ich hab jetzt die Ladezeit, der Schwung ist jetzt immer Mit durchnet Bohret Bohringt Keine Ahnung, wie man das nennt Vaders Attentäter, willkommen in der Ahnenschlucht. Seit Uhrzeiten, ein Ort der Opferung. Bereit dem Schicksal zu begegnen? Ich hab die doch voll erwischt und was macht die? Was zum? Ist klar! Ist klar! Ist klar! Fotze! Ich hab jetzt noch keinen Schaden gekriegt, sehnte das? Jetzt habt ihr Schaden gekriegt. Ne, habt ihr nicht. Was? So. Hat ihr irgendein Zauberer oder was? Was machst du? Hör auf damit! Ich befehle es dir! Uah! Ach, da ist der Balken. Hier geht's von links nach rechts. Oh nein! Weg! Huuuui! Diese scheiß Gerater! Ich bin Quadrant, du findest du das! Oh nein! Ich bin Quadrant! Oh nein! Oh nein!